Und, Taktik? Was will ab oder? Unsere Taktik? Lassen wir Raben aufscheuchen. Holen wir ihn uns. Kriegen wir wenigstens XP dafür. Ui, hier wird schon wieder scharf geschossen. Ich hab ihn. Gut, da fehlt noch einer. Ich hab ihn einmal fett erwischt. So, wo bleiben wir jetzt hier? Wir verstecken uns hier an der Ecke. Ey, hier ist dein Kopf, Alter. Hier hat er seine hässliche Rübe hingeworfen. Ich hab eine Machete. Vorsicht! Okay. Super Wasservieh. Wenn ihr es unbedingt wollt, dann könnt ihr es kriegen. Und, Taktik? Was glaubt man da? Unsere Taktik? Erstmal Raben aufscheuchen. Oh, das ist noch so ein armer Öcher. Du, das Ding ist hinter uns, ne? Was für ein Ding? Ach, da. In der Lütter. Ah, cool. Es holt sich wieder keiner die Bonk da, echt. Bist du jetzt? Hier drüben. Ich bin. Ich bin rüber hier ran. Hier auf der anderen Seite. Hallo, hier. Hallo. Hallo. Die Scheißhütte ist zu. Die müssen, glaube ich, hier hoch. So geht's auch rum. So. Wäre er mal sitzen geblieben. Da könnte er jetzt noch leben. Oh, hier. Die Schüsse, Alter. Was schießen die denn mit die Kaputten schon? Oh, hier ist eine Fliegenschlampe. Zwei Stück. Die müssen wir uns nicht antun, ne? Ja. Außen rauskommen. Ja, da sind wir wieder vorne. Das hilft dir nicht. Ja. Da vorne sind die Fliegenschlampe. Hm. Die müssen vorsichtig sein. Hier war so ein Wasserunhalt. .... Ja. ÄÉ... ... ... Das ist ein Stück. Das wäre wichtig. Derτούbe diese Fluchspotente an redeem look которая hat damit gewonnen. Wo es ruht sich keiner pumpen? Nein. Wenn wir es nicht machen, macht es keiner. Also heute bin ich schon mal gar nicht so gut drauf wie gestern. Was Hand betrifft. Ja. Gestern war ich hochmotiviert und es war das Scheiße. Nö, was Hand betrifft. Links von uns ist ein Punkt. Also hinter dir praktisch. Okay, dann holen wir uns. Dann kriegen wir wenigstens XP dazu. Ui, hier wird schon wieder scharf geschossen. Aber wo? Weiß nicht. Hollifil ist jetzt erst mit der Zaun zwischen uns. Egal wo. Zombie? Wo hat er jetzt geschossen? Gehen wir die andere Richtung, ne? Also ich bin jetzt hinter dir. Okay. Ich sieh sie. Oh, du warst drüben. Okay. Nein, die sind da drinnen im Haus. Oben. Ah. Da fahre ich ne Fuhrer Dynamit rein. Die sind aber auf meiner Seite hier. Oder längst immer. Ja. Oder ich umgehe sie. Gekonnt. Warte, es ist nur noch eine Runde gesprungen. Okay. Ich hab ihn. Okay. Gut. Gut, da fehlt noch einer. Und die Fans, das ist keiner mehr. Boah. Boah, ich aufgerecht. Boah. Boah. Ich hab ihn. Der wartet bestimmt. Ja. Wo bist du? Ich bin ja zurück an diese Holz... Ich bin jetzt unterm Haus. Okay. Boah, fuck der ist vor mir. Fuck der, Rommel, schnell zu mir. Wir haben Rommel Fett erwischt. Und treff, wo wir ihn richtig gekriegen haben. Habe ich ihn? Habe ich ihn? Jo, danke. Bitte. Fasten, oder? Ich hoffe es. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er dort liegt. Also, war der schon tot, oder wie? Ne, er hat geschossen. Aber von hier in die Richtung habe ich geschossen. Ja, genau. Da war er. Und dann hat's ihn vielleicht da hingeschickt? Keine Ahnung. Ja, gehen wir da mal rein, oder was? Mhm. Vielleicht haben wir Glück gelesen, den gerannt. Der schlechter. Ja. Ja. War aber Muni vorher nicht schlecht. Verbandskasten war auch nicht die schlechteste Idee. Wo ist Munition? Ja. Ja. Ach, stopp. Kopf durch. Ja, ich hab's schon. Versuch. Versuch von beiden. Ne, nur von einem. Von dem anderen konnte ich nicht. Also, er hatte nichts dabei, stand da. Ach, Erste-Hilfe-Kit war er dabei. Echt? Ja. Da ist ne Fliegenschlampe. So. Die knallen mal ab, oder? Ja. Echt? Ja, bloß nur. Wo? Wo bringst du? Fuuuck. Was war das? Hast du mit einer Wasserflasche gespült? Ne, da drüben müssen Fett werden. Ach so. Du denkst doch mal in ein paar Stunden Richtung. Hm. Oh, schau mal. Warum hängt er dir vorhin zu? Hm? Ach, das gibt's doch nicht. Bist du ans Feuer gerannt? Ne, der hat mich ab und der hat trotzdem zugeschlagen. Ach so. Hier ist Munition. Hier ist nochmal Munition. Ich bin voll. Ich bin voll. Wo ist denn das jetzt? Ich hab's den Namen. Da drüben ist es rechts. Genau. Süöstlich 135. Ja. 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 Ey, was ist denn voll Spacken ey? Wieso, was denn? Ja, ich hab'n volle Licht. was ist da drin für ein lärm macht da einen lärm hier wo bist du hin? kein medikit hier drüben wird schon geballert, das ist sehr schön naja weil ein streich hier brennt's könnte das der fettsack sein? ne das ist da drüben noch ein zweiter da ist er drüben da ist er drüben ich hab die tür zu hoch da läuft er der versoffene köder da ist er er genießt zuerst die frischluft er geht außer haus der feine herr macht den sonntagsspazier du brennst alter brenne warte ich knall ja agniet agniet lauf 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 die muss man irgendwo nachladen die wird komplett leer der bisser hat den strohhaufen angebrannt er kommt aber wie er heute hausbesucher macht von haus zu haus hast du geschossen? hinter dir kommt hinter dir er ist glaub ich schon der kopflos geworden ok der hat es hinter sich brauner so jetzt hier ist Munitionskiste hier bei mir ist Munitionskiste ah ok hast du das schon abgeholt? ups ja hier ist dein Name alle die anderen sind entkommen so wo bleiben wir jetzt hier? wir verstecken uns hier an der Ecke hey hier ist dein Kopf alter hier hat er seine hässliche Rübe hingeworfen eil haha aber geh auf die andere Seite hier oder? wo bist du rechts? neben links alle Türen haben wir verriegelt ist halt denkbar ungünstig ne? mhm aber wird immer noch besser wie die Spinne oben wo das komplette Dach durchlechtet war ja ja warte vorsicht er stampft der Fetzack rum warte mal was haben wir wir müssen in die andere Richtung laufen warte mal kurzer Blick auf die Karte hier Richtung müssen wir ist der kürzeste Weg ja hoch nach Norden ja ok 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 wo du sie sie vor uns jetzt kränz jetzt warte mal warte mal ich kann warte mal wie das ist wie das ist wo auf der anderen Seite mit ja du blutest ich hatte als Kind immer Nasenbluten jetzt wissen wir auch warum weil ich mich mit Zombies gekloppt habe oh hier ist ein Versorgungswagen brauchen wir irgendwas ja Muni da sind noch Raben auf der anderen Seite Raben rechts 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 da müssen wir da rüber du bist falsch was du bist falsch wieso wir müssen Richtung Raben da wie die Brecke hier ne ich laufe hier unten lang durchs Wasser aber rechts ist eine Fliegeschläufe ja die haben wir geschickt umgangen dann müssen wir weiter rechts ne das brauchen doch Astral zu passt Entschuldigung Moment wieder alten Mann verwirren was das ganze gut wie das möglich ist ok ich habe oh Enten ich habe nur 6 Sekunden ich habe gerade war nichts ich riskiere gleich nochmal einen Blick so 30 ist hier also ich sehe nichts ich weiß auch nicht wie weit wir damit gucken können ja sagen wir wenn es unmittelbar in jenigs ist dann ist ja das schon mal super mhm aber sind wir schon vorbei die Gegend habe ich noch nie gesehen hier gingst du mich weiter oder da ist der Versorgungswagen ach hier bei den Traumtanzern kommst du ich nehme den mit vorher rechts er wollte mich doch tatsächlich ankurkeln manu ich fasse es ja wohl nicht oder wir sind nochmal raus halleluja endlich mal ey das gibt es doch nicht aber jetzt kannst du deinen Sieg genießen jetzt kannst du endlich mal einen Sieg genießen hart erkämpft Wahnsinn wie fast man schönes Ding schöne XP alter schön und die Kohle kommt wieder rein zwei Jäger Teammitglied wiederbelebt 525 Dollar voller ahja es geht wieder aufwärts aber ich gehe erst mal schnell was essen ja braucht es schön alter und lass es dir schmecken danke oh kurz vor der Level 14 hat er aufgehört und kurz vor Rang 67 hat er angehalten zu dass ja wert es ー auch the things zwei what the